Privet meine Glühbirnen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin schon sehr gespannt, wie lang es diesmal her ist, dass wir in der Welt waren. Ach, ach das war ja im April. Da war die Welt ja doch schön. Nein, war sie nicht. Dieses ganze Jahr ist irgendwie merkwürdig. Aber ich bin wieder da und ich weiß nicht, wie ich das Video anfangen soll, um ehrlich zu sein. Es hat einen Grund, warum wir mit Minecraft wieder einsteigen. Ist der Ton an? Ah, der Ton ist an. Aber ich glaube ein bisschen leise. Na ja, werden wir ja merken. Beim letzten Mal hatten wir hier, glaube ich, angefangen die Erde auszuheben, um hier eine Windmühle hinzubauen. Und das werde ich auch ein bisschen weitermachen. Aber mit einer kleinen Sache im Hintergrund, nämlich einem Gespräch, das wir, dieses wir, ich nix Deutsch haben müssen. Ich jetzt nur noch reden in russischer Akzent. Nein. Ähm, es ist länger her. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich Videos gemacht habe. Und der findige Zuschauer ist eben ein nicht findiger Zuschauer im Moment, weil meine letzten beiden Projekte sind verschwunden. Und damit meine ich Unravel und Terraria. Und was hat das zu bedeuten? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich bin jetzt bei der NSA, ich darf euch das nicht sagen und ich muss jetzt verschwinden. Tschüss. Nein. Äh, der Grund, weswegen die Let's Plays verschwunden sind, liegt darin, weil ich ein bisschen unzufrieden war. Ein bisschen sehr unzufrieden. Okay. Warum hatte gerade die Erde nicht aufsammeln wollen? Ich hinterfrag's gar nicht. Und ich hab hier ein Tearing. Warum hab ich hier ein Tearing? Das seht ihr nicht. Aber ich hab ein Tearing. Das nervt mich. Ähm, wie viele FPS habe ich? Soll doch passen! Ähm, ja. Warum sind die beiden Let's Plays verschwunden? Warum mach ich wieder Minecraft? Was ist hier endlich los? Ich bin ehrlich zu euch. Ich hatte die letzten Monate eigentlich gedacht, ich hör auf mit YouTube. Ich dachte, ich werde nur noch streamen. Und ich dachte, ich werde komplett YouTube den Rücken zuwenden. Nur gibt es da ein kleines Problem. YouTube ist ein bisschen zu groß in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie ich das am besten anfangen soll zum erklären, damit das jetzt nicht zu gefühlsduselig klingt. Aber Dezember diesen Jahres werde ich zehn Jahre lang YouTube-Videos machen. Wenn ich mich nicht irre. Beziehungsweise mein Kanal wird zehn Jahre lang. Ich glaube, das erste YouTube-Video kam dann im April. Bin ich mir aber nicht sicher. Muss ich nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall, wir sind weniger als ein Jahr vom Zehn-Jahres-Jubiläum entfernt. Warum ich das erzähle? Ganz einfach. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben und für die Leute, die es auch nicht mitbekommen können, weil die Erklärung war im zweiten Terraria-Part, der jetzt auf privat gestellt ist, genauso wie Unravel. Ähm, ich hatte Klausuren, beziehungsweise durch Corona war generell das ganze Uni-Zeug ein bisschen sehr stressig, weil deutsche Unis kriegen irgendwie nicht hin, präsenzfreies Lernen gescheit umzusetzen. Und naja, die ganzen Professoren haben dann versucht, alles damit zu kompensieren, dass sie uns noch mehr Aufgaben geben, uns für noch mehr Aufgaben irgendwelche Abgaben aufdrücken und total dubiose Arten hatten, uns bei den Praktikers zu kontrollieren. Also, das ging von zweier Gesprächen in Zoom-Meetings über, ja, ihr müsst von der und der Zeit da online sein und was weiß ich. Also, es war seltsam. Es war seltsam und es war sehr bedrückend, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, keine Ahnung, irgendwie ist das Semester nicht wirklich ernst zu nehmen, aber gleichzeitig auch härter als jedes andere davor. Vor allem, weil das das vierte Semester im Ingenieursstudium für mich ist und das vierte Semester im Ingenieursstudium ist bekannt als der Anfang von den Hardcore-Semestern. Also, für die Leute, die nicht studieren, mal zur Erklärung. Normalerweise ist es so, in den ersten drei Semestern wird ausgesiebt. Das bedeutet, das Schwierige kommt eigentlich immer in den ersten drei Semestern, so ist es zumindest bei den meisten Studiengängen im naturwissenschaftlichen Bereich und danach kommt vor allem das interessante Zeug, für das du dich eigentlich eingeschrieben hast und die gucken halt einfach mit den ersten Semestern, wer ist tough genug, wer ist schlau genug und wer es nicht ist, der geht halt. War zum Beispiel in Physik so, da hat mich das dritte Semester irgendwann weggeschickt, wobei da hatte ich auch noch andere Gründe, weil ich mit den Personen nicht klarkam, aber das habe ich schon oft genug erzählt. Das brauche ich jetzt hier nicht ausführen. Ja, und das vierte Semester im Ingenieursstudium ist aber anders als in anderen Studiengängen, weil im Ingenieursstudium, zumindest von dem, was ich bisher... Das Ding ist weniger gefährlich, als es gewirkt hat. Süß. Ähm, ja. Und das hatte dann halt zur Folge, dass ich ziemlich beschäftigt war. Ich hatte sehr viel am Hut, ich hatte sehr viel zu tun und irgendwie hatte ich auch keine Motivation, wenn ich ehrlich bin. Weil zuerst war ich ja recht aktiv mit Animal Crossing, das lief super und alles, dann kamen aber irgendwann die ganzen Abgaben, die sich immer mehr gestapelt haben, weil es immer und immer mehr wurden zum Ende vom Semester und dann kam noch dazu, dass ich diesen Creeper absolut verabscheue und dass ich natürlich auch irgendwann wieder ins Büro musste, weil für die Leute, die es nicht wissen, ich arbeite nebenbei zum Studium und das auch nicht irgendwie jetzt hier einen kleinen Aushilfsjob, sondern ich arbeite als Softwareentwickler, wofür ich sehr dankbar bin, was aber dementsprechend sehr anstrengend ist. Also, ich habe davor als Betreuer gearbeitet, das war auch ein sehr anstrengender Job. Ich würde ihn sogar als anstrengender bezeichnen, aber er war auf eine andere Weise anstrengend. Woher kommst du? Der war eben noch nicht hier, oder? Ist hier irgendwo ein Händler? Bist du ein Händler? Hast du was zum Verkaufen, Mr. Creeper? Können wir von dir Waren erwerben? Niest. Ich hätte das Skelett auf den Creeper locken sollen, dann hätte ich eine Scheibe bekommen. Oder ist es überhaupt nicht mehr so? Ich weiß, dass im alten, guten Minecraft man nicht so schnell durch einen Skeletti starb. Welchem Schwierigkeitsgrad spiele ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Aber nun, es kam nun mal so, wie es kommen sollte. Es hat ein bisschen an Zeit gefehlt. Aber ich gebe auch zu, ich hatte keinerlei Motivation, irgendwie Zeit aufzuwenden. Und irgendwie kam alles aufs Nächste, sodass ich irgendwie auch nach den Klausuren keine Motivation hatte, Videos zu machen. Weil meine Klausuren sind jetzt zwei Wochen, ja, circa zwei Wochen vorbei. Und ich glaube, ich gehe schlafen. Aber ich habe dennoch keine Videos aufgenommen gehabt. Weil ich wusste nicht so recht, warum. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass YouTube tot ist. Zumindest für den Gaming-Bereich. Das Einzige, was im Gaming noch geguckt wird, sind irgendwelche lustigen Zusammenschnitte. Irgendwas, was möglichst leicht konsumierbar ist. Und nicht mehr etwas, was von der Person abhängig ist. Weil ich bin mit einem YouTube aufgewachsen und ich bin auch mit einem Gaming-YouTube aufgewachsen, wo es einen Gronkh gab, wo es einen Jamlet's Play gab, wo es einen Zombie gab. Die zwar immer noch da sind, aber deren Videos nicht mehr durchnummeriert werden. Außer vielleicht bei Gronkh. Gronkh ist sich recht treu geblieben. Aber ein Jamlet's Play und ein Zombie, schaut euch deren Videos heutzutage an. Oder von jedem anderen Let's Play, den ihr wollt. Die sind nicht mehr durchnummeriert. Und wisst ihr auch warum? Weil ich ja ein Händler ist. Nein. Ähm. Hier, Händler. Nehmen meine Axt. Das ist eine Opfergabe an das heilige Lama. Oh, du heiliges Lama. Oh, du heiliges Lama. Heilig. So heilig. Oh ja. Oh ja, Lama. Erfühle mich mit deiner Heiligkeit. Ja, okay. Ähm. Aber was ich sagen wollte. Der Grund, weswegen die Videos nicht mehr durchnummeriert werden, ist, weil niemand mehr irgendwas zusammenhängendes schaut. Es gibt nicht mehr dieses YouTube, wo man ein Let's Play für tausend Parts verfolgt. Und wo man da wirklich dran bleibt. Es hat sich halt verändert. Es wird alles geschnitten. Es ist alles einzeln konsumierbar. Und wenn man wirklich diese klassischen Let's Plays sucht, muss man zu Livestreaming gehen. Weil dort kann man nicht groß schneiden. Und dort kriegt man halt den Bonus, dass die Interaktion, vor allem die Interaktion mit dem YouTuber wird ja immer weniger. Früher gab es so gut wie in jedem Let's Play Part ein, ja ihr habt mir ja geschrieben, ich solle mal machen. Und dann hat man teilweise seine eigenen Tipps wiedererkannt. Heutzutage findet man das eher seltener. Und das ist das, was ich ein bisschen meine mit Gaming-YouTube ist. Tod in der Form, in der ich es mochte. Aber, ich muss auch zugeben, dass ich ein bisschen die Priorität und den Fokus verloren hatte. Ich habe nämlich in meinem Leben ein paar Änderungen gehabt. Und dadurch halt sehr viele Dinge in meinem Leben gemacht, die sehr schön sind, die sehr toll sind, die sehr viel Spaß machen. Aber im Endeffekt halt mir die Zeit genommen haben, die ich früher für YouTube hatte. Die ich früher für dieses Herzensprojekt hatte, was eben meinen YouTube-Channel darstellt. Ich meine, 10 Jahre. Ich war vor 10 Jahren ein 12-jähriger Pimpf, der keine Ahnung von irgendwas hatte und dessen Klassenkameraden in der 5. Klasse irgendwelche kleinen Minecraft-Let's Plays gemacht haben, obwohl ich immer auch sowas machen wollte und sich dann zu Weihnachten von seinen Eltern ein Headset gewünscht hat. Und jetzt bin ich Student und Software-Entwickler. Und das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, wie viel sich verändert hat. Nicht nur von YouTube, sondern auch von mir selbst. Darum habe ich die Zeit, wo ich nicht bei YouTube war, ein bisschen genutzt. Und jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema, nach 12 Minuten zu sprechen. Es tut mir leid, ich bin in der Labertasche. Ich habe ein bisschen vergessen, wofür ich das mache. Denn ich habe mich nie groß für Zuschauerzahlen oder Abonnentenzahlen interessiert. Und das hatte ich eigentlich nie. Zumindest nie im großen Stil. Und spätestens seit Minecraft-Leben wollte ich auch nicht viele Zuschauer haben. Und ich hatte immer ein bisschen die Angst, dass mir gesagt wird, ich würde YouTube machen oder streamen, weil ich Geld damit machen will. Und jetzt sieht man schon, wie sehr ich geprägt bin durch die alte Zeit. Weil nicht nur ist es nichts mehr Verwerfliches, wenn Leute hiermit Geld machen. Es ist sogar selbstverständlich, dass Leute mittlerweile Spenden haben. Es interessiert eigentlich auch niemanden, warum du es mehr machst. Und das hat halt auch mit dieser Änderung zu tun. Wir gucken nicht mehr die YouTuber. Und wir gucken nicht mehr die Person. Wir gucken ihre Videos. Ich meine, wie viele Let's Player haben aufgehört, etwas von ihrem Privatleben zu erzählen? Weil sie nun mal zu groß geworden sind. Kann ich ihnen auch nicht verübeln. Das alles ist mir ein bisschen dadurch klar geworden. Weil ich die letzten Tage während der Arbeit die Let's Rutsch von Gronkh geschaut habe. Und dabei ist mir halt aufgefallen, YouTube war echt anders. YouTube, generell dieses ganze Gaming-Zeug. Auch wenn du gesagt hast, ich mache YouTube-Videos. Das war was komplett anderes damals. Und es war auch ein komplett anderer Grund, warum ich es gemacht habe. Weil ich hatte so sehr Angst, dass man meinen könnte, ich würde das hier machen, um bekannt zu werden. Und ich hatte so sehr Angst davor, bekannt zu werden vor allem. Weil 10 Jahre bringen einem einiges bei. Ich weiß, wie der YouTube-Algorithmus funktioniert. Ich weiß, dass mein Kanal höher eingestuft wird, sobald ich zwei Monate aktiv bin. Ich weiß, dass es auf die Watchtime ankommt. Ich weiß, wie man Videos schneidet, damit die Watchtime besser ist. Ich kenne mittlerweile psychologische Tricks, die ein Paluten in seinem Video verwendet, damit die Leute länger zuschauen. Ich weiß von Cross-Promotion. Ich weiß von Networking. Ich weiß das alles. Ich kenne dieses ganze YouTube-Zeug, beziehungsweise das ganze, wie wird man erfolgreich auf YouTube-Zeug. Ich brauche keinen Coach oder Sonstiges, um das zu verstehen. Und ich hatte so sehr Angst davor, irgendwas davon anzuwenden und irgendwie, keine Ahnung, mich selbst zu verlieren, dass ich mich selbst verloren habe. Und das ist ja das Krasse. Ich hatte so sehr Angst, die Videos auf die Weise zu gestalten, auf die ich das machen will, weil ich Angst hatte, dass das die Weise ist, die die Masse anspricht. Das heißt nicht, dass ich genau diese massentauglichen Videos machen will, aber ich habe mir dadurch Stress gemacht. Es ist nicht mal, dass ich diese Art Videos machen wollte, sondern ich war gestresst. YouTube war für mich ein Stressfaktor. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, das könnte ich eigentlich so machen, das könnte ich eigentlich so machen. Und ich wollte immer irgendwas jemandem beweisen, und zwar in eine komplett andere Richtung, und zwar nicht ein, hey, ich kann das schaffen, sondern ein, hey, ich will das nicht schaffen. Ich wollte das so sehr beweisen, dass ich keinen Spaß mehr daran hatte, mich einfach hinzusetzen, ein paar Bäume zu fällen und zu labern. Ich hatte keinen Spaß mehr an sowas. Animal Crossing. Ich habe das Let's Play geliebt, aber ich habe es mir kaputt gemacht. Damit, dass irgendwann nun mal der Punkt kam, wo ich nicht mehr viel machen konnte, aber gleichzeitig dieser Punkt bzw. das Let's Play zum Erliegen kam, als auch die Zuschauerzahlen geringer wurden. Und ich hatte dann Angst, dass es wirkt, dass ich ein Projekt wegen den Zuschauerzahlen beende, dass ich ein Projekt weitergemacht habe, woran ich keinen wirklichen Spaß hatte. Und Unravel? Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich die zwei Unravel-Parts, die online sind, hasse. Also, da kann man nicht mal mehr von nicht mögen reden. Während ich die Videos aufgenommen habe, hatte ich schon keine Lust mehr darauf. Und das merkt man. Denn was ich in diesen Videos versucht habe, war nicht ich selbst zu sein, sondern irgendwie einen ruhigen Nischen-YouTuber zu spielen. Das klingt so bescheuert. Ich fühle mich komplett bescheuert, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich extra versucht habe, ruhig zu reden und nett zu sein, keine Schimpfwörter zu verwenden, wenn mal was nicht klappt oder irgendwie im Schnitt was irgendwie so total besonders zu schneiden, irgendwelche Effekte hinzuzufügen. Ich habe mir selber gesagt, du fügst da jetzt keine Effekte hinzu. Und sonst was. Ich habe mir so dämliche Vorgaben gemacht, einfach nur, weil ich irgendwem in meinem Kopf beweisen wollte, ey, du machst das nicht für die Klickzahlen. Du willst diese Klickzahlen nicht. Und ich kann es mir immer wieder betonen, ja, das stimmt auch. Weil damals der erste Part von Minecraft Leben hat mir Angst gemacht. Ich hatte wirklich Angst bekommen. Denn was dort der Fall war, ich hatte Kommentare. Sehr viele. Ich habe, ich glaube, eine halbe Stunde lang nur Kommentare gelesen. Und das hatte ich noch nie gemacht. Nicht für ein einziges Video. Und diese Kommentare, die waren nicht wie bei den Dev Compilations zu irgendwas, was jemand anderes gesagt hat. Nein, das war über mich. Über jedes Wort, was ich sage, ich dachte gerade, da wäre eine Kuh drin. Über jede Sache, die ich in irgendeiner Weise erwähne, stand ein Kommentar drin. Und ich habe mir so gedacht, das mag ich nicht. Ich mag nicht, dass mir Leute so genau zuhören. Ich mag es nicht irgendwie, Aufmerksamkeit zu haben. Und das hat mich komplett in dieses Paradoxe geführt seitdem, sodass ich Probleme hatte, regelmäßig Videos zu machen. Und was mir die letzte Rutsch von Gronkh gezeigt haben und vor allem auch, was mir die letzten Wochen war. Ich habe wirklich intensiv darüber nachgedacht, wie ich jetzt hier zurückkomme und was ich mache. Ich meine, ich wollte nicht mal in den Videos nach einer langen Pause erklären, warum ich eine Pause gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, dass dann all meine Videos und daraus bestehen, wo ich erkläre und mich rechtfertige, warum ich eine Pause gemacht habe. Aber was halt auch schwachsinnig ist, denn das hier ist mein Kanal. Mir schreibt hier niemand vor, was ich mache. Der Einzige, der irgendwie voraussetzt, was ich hier mache und was ich hier online bringe, bin ich. Ich alleine. Ich könnte von einem Tag auf den nächsten Beauty-Tutorials machen. Und das wäre meine Entscheidung. Und dieser Gedanke und meine ursprüngliche Motivation, die ich noch gar nicht erwähnt habe, sind das, was mich gerade auf YouTube zurückbringt. Ich kann euch nicht versprechen, dass jetzt jeden Tag ein Video kommt. Ich kann euch versprechen, welche Art Videos kommen und ich will das auch gar nicht, weil ich mich erstmal wieder ein bisschen selber finden muss. Und Minecraft ist da ein schöner Anfang, weil mit Minecraft hat das Problem eigentlich angefangen, da ich mir früher mal gesagt habe, du bringst kein Minecraft-Let's Play, weil damals alle Let's Player Minecraft gebracht haben. Und das war damals schon der erste Fehler, weil ich wollte Minecraft bringen. Bei Minecraft Leben habe ich das dann gemacht und ich hatte selten an einem Projekt so viel Spaß. Und warum ich jetzt dieses Video mache, ist der Grund, weil ich meine Anfangsmotivation groß ankündigen wollte, natürlich. Denn ich habe mir damals immer gesagt, wenn es eine Person gibt, die nach einem Arbeitstag, nach einem Schultag, nach einem Tag voller Vorlesungen nach Hause kommt und es wirklich nur eine einzige Person gibt, die dann ein Video von mir anmacht und für 20, 30 Minuten irgendwie unterhalten ist, lacht oder Spaß hat, in irgendeiner Weise kurz die Welt um sich vergessen kann und ein Video von mir schaut und Freude daran hat. Dann hat es sich gelohnt. Denn ich habe etwas gemacht, was mir Freude bereitet und diese Freude geteilt. Ich habe jemand anderen glücklich gemacht. Und in diesem ganzen Wust von ich bin zwiegespalten zwischen ich möchte Qualität behalten, aber gleichzeitig möchte ich nicht bekannt werden und gleichzeitig möchte ich nicht, dass Leute denken, ich mache das, weil ich bekannt werden möchte. Und in diesem ganzen Zwiespalt habe ich wirklich diese eine Sache vergessen. Und darum habe ich die Unravel Parts privat geschalten, genauso wie Terraria. Ich weiß, dass Terraria sehr gut ankam und es ein paar Leute gibt, die jetzt vielleicht traurig sind, aber es ist nun mal so. es wird ein anderes Projekt geben und dieser Kanal wird wieder aktiv. Diesmal verspreche ich euch das von ganzem Herzen. Ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, ich kann euch nichts versprechen. Diesmal verspreche ich euch das. Dieser Kanal wird wieder aktiv. Vielleicht nicht täglich, aber so aktiv, wie ich nun mal Lust hierauf habe. Und ich kann mittlerweile wirklich sagen, dass YouTube für mich ein Lebensprojekt ist. In diesen Videos, vor allem in den ganzen Videos der Vergangenheit, sieht man meinen Wachstum als Person. Man sieht, wie sich mein Charakter ändert, wie sich mein Humor ändert. Man merkt sogar meine Stimme, die sich ändert. Ich erzähle immer wieder, was in meinem Leben passiert. Oder ich erlebe Dinge und die beeinflussen mich in meiner Art. Mein Geschmack für Spiele ändert sich. Mein Geschmack, wie ich die Videos mache, ändert sich. Und das alles ist eine riesige Zeitleiste von meinem Leben. Dieser YouTube-Kanal ist eine Verewigung von zehn Jahren meines Lebens. Fast zehn Jahren meines Lebens. Und das ist etwas, was mich unfassbar glücklich macht. Weil ich endlich verstehe, dass ich nicht YouTube mache, um irgendwas zu bezwecken. Oder ich YouTube mache, um irgendwem irgendwas zu beweisen, egal in welche Richtung. Ich mache YouTube, weil ich das hier liebe. Und da kann sich YouTube noch so sehr ändern, wie es will. Ich liebe jedes einzelne Video, was ich aufnehme, beziehungsweise fast jedes. Und ich will jedes lieben. Ich möchte mich nach jedem Video gut fühlen und ich möchte mich vor dem Video gut fühlen. Ich möchte in den Videos zeigen, wer ich bin und ich möchte die Videos machen, so wie sie mich glücklich machen. Und genau darum kann ich euch diesmal sagen, dass ich verstanden habe, wofür ich das mache und dass ich wieder da bin. Und diesmal wirklich. Danke, falls ihr zugeschaut habt. Das bedeutet mir sehr viel, weil das ja schon ein sehr emotionales Video wurde und vor allem auch eher unspannender. Aber mir war das wichtig, dass es auch auf dieser Zeitleiste ist. Mir ist es sehr wichtig, dass dieser Punkt in meinem Leben, wo ich verstanden habe, dass YouTube bei weitem nicht eine Sache ist, die ich in meiner Prioritätenliste zurückschraube, sondern etwas, was immer in meinem Leben vorhanden sein wird, in irgendeiner Form. Dieser Moment, den möchte ich für immer auf diesem Kanal haben. Und genau das hier ist dieser Moment. Auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoron.